Ich habe 1.000 Euro gekriegt, bitte, das ist Frechheit für das, was ich Umsatzverlust habe. Und das, auch wenn es Finanzamt und Krankheit jetzt gestundet haben, aber die klopfen ja dann trotzdem wieder und holen einen Geld. Ich habe mein Personal kündigen müssen, weil bei mir gibt es keine Kurzarbeit, wenn ich nichts verdiene, dann kann ich einem jemanden was zahlen.